Ein Ovarialkarzinom ist eine bösartige Entartung des Eierstockgewebes. Leider macht es erst spät Symptome, sodass sich die Patienten bei uns häufig mit einer Umfangsvermehrung des Bauches vorstellen. Wenn die Hose nicht mehr zugeht oder der Rock nicht mehr passt, dann kommen die Patientinnen üblicherweise zu uns. Behandelt werden kann das Ovarialkarzinom mit einer Operation, die normalerweise von einer Chemotherapie gefolgt werden muss.